So, ich habe angefangen, mal etwas zu meiner Gesundheit zu offenbaren. Mein Umfeld weiß es, dass ich den maskulären Typ des Ehlers-Danlos-Syndrom habe. Und falls jemand denkt, dass mit der Hand es irgendeine, nein, das war meine. Mal gucken, ob ich es hier auch noch zu sehen kriege. Wie gesagt, ich kann meine Daumen auskugeln. Das sind wie gesagt meine Hände. Daumen ausgekugelt, eingekugelt, ausgekugelt, eingekugelt. Mit so den Händen kann man nicht mehr großartig zufassen. Sowas beeinflusst aber auch zum Beispiel Schreibarbeiten. Also hier so Handschriftliches. Ist übrigens auch, ist nicht mehr so zu sehen, verteilt sich langsam. Hier so, da ist mir eine Ader geplatzt, so hat es passiert schnell. Das ist aber noch relativ harmlos. Jetzt zieht es hier so rum. Mir kann bei Stress oder bei Blutdruckanstieg durch Stress, durch körperliche Anstrengung, Giaorta platzen, was tödlich wäre. Oder andere lebenswichtige Organe. Bei mir ist es bestätigt durch humangenetische Untersuchungen. Blut, Urin, Haut. Wie gesagt, es ist, habe ich mir nicht ausgedacht, es ist Tatsache bestätigt. Und wenn man sich jetzt fragt, wie konnte ich damit Pferde versorgen? Die Pferde waren mein Therapieprogramm. Mit den Pferden habe ich meine Muskeln am Laufen gehalten, weil meine Muskeln müssen den Körper zusammenhalten, weil es das Bindegewebe eben halt nicht mehr macht, beziehungsweise auch nicht kann. Bei mir übernehmen das die Muskeln, die eigentlich gar nicht dafür geschaffen sind. Und ich muss die Muskeln ständig in irgendeiner Form trainieren. Ich darf sie nicht überstrapazieren, aber sie müssen am Laufen gehalten werden. Das heißt, hätte ich bei der Versorgung der Pferde geschlampt, hätte ich mir selber gesundheitlich böse geschadet. Ich merke es jetzt. Gut, ich habe jetzt Katzen, ja, aber die sind nicht so die Belastung, die ich bei den Pferden hatte. Ich kann aber auch nicht richtig arbeiten gehen, weil die Belastung ist wieder zu viel. Weil die kann ich nicht steuern, die Belastung. Da kann ich nicht sagen, so, heute geht es mir nicht gut, heute muss ich mich ausruhen oder heute mache ich nur die Hälfte der Arbeit, kann ich im Arbeitsprozess nicht machen. Genauso alles, was mit Haushaltschemikalien zu tun hat. Sei es Körperpflege, sei es hier Haarpflege, Färben und so was, sei es Geschirr abwaschen oder sonst irgendwas. Ich habe bedingt durch das Ehlers-Danlos-Syndrom eine sehr dünne Haut, eine sehr durchlässige Haut. Und sämtliche Chemikalien gehen über die Haut in die Blutbahn und von da dann eben verteilt sich das im Körper. Sodass ich dann zum Beispiel auch Geschmacksirritationen habe, wenn ich mir zum Beispiel die Haare färbe, Hände wasche, auch mal Geschirrspüle oder so. Also ich habe sogar schon eine Vergiftungserscheinung gehabt, was ich überhaupt nicht lustig fand. Nur einfach, weil ich mit Chemikalien in Berührung gekommen bin. Deswegen muss ich da auch sehr, sehr vorsichtig sein und sehr sparsam sein. Also mit EDS zu leben, ist ein scheiß Leben. Das heißt, es geht auch auf die Psyche, weil man kriegt mit, wie der Körper nachlässt mit der Zeit. Wie die Probleme immer mehr werden, auch die Schmerzen. Ich habe 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Sommer wie Winter, in allen Gelenken Schmerzen. Und es gibt keine Mittel dagegen. Ich darf auch keine Schmerzmittel nehmen, weil Schmerzmittel sind Blutverdünner. Wegen dem EDS darf ich aber keine Blutverdünner nehmen, weil ich sonst innerlich verbluten könnte. Jetzt kommt das nächste Problem, mein Herzinfarkt vor 5 Jahren. Wegen der Stents muss ich Blutverdünner nehmen, damit die Stents sich nicht zusetzen. Wegen dem EDS darf ich aber keine Blutverdünner nehmen. Ja, was mache ich jetzt? Nehme ich keine Blutverdünner, könnte ich wieder einen Herzinfarkt kriegen. Nehme ich Blutverdünner, könnte ich innerlich verbluten. Mit so etwas schlage ich mich jeden Tag um. Und wie gesagt, die Pferde, die waren meine Therapie. Die haben mich am Laufen gehalten. Dadurch musste ich hoch. Dadurch musste ich raus. Dadurch musste ich ein bisschen was machen. Ja, dann habe ich eben halt nicht einmal am Tag ausgemistet, sondern fünfmal am Tag, aber jedes Mal ein bisschen. Der war auch ausgemistet. Mit dem Futter konnte ich auch entsprechend anpassen, so wie ich es körperlich geschafft habe, aber so, dass die Pferde auch was von hatten. Selbst mit Hufe machen. Gut, wenn es an einem Tag nicht geklappt hat, dass ich alle vier Hufe gemacht habe, dann habe ich an dem einen Tag zwei Hufe gemacht, zum Beispiel die Vorderhufe und am nächsten Tag die Hinterhufe. Aber ich habe sie gemacht und das hat mich am Laufen gehalten. Das war meine Therapie und die hat mir das Veterinäramt weggenommen, weil sie der Meinung waren, ich würde die Pferde nicht versorgen. Wie gesagt, hätte ich die Pferde nicht versorgt, hätte ich mir selber geschadet. Das versteht aber nur jemand, der sich mit EDS auskennt. Ja, und dann kommt ja auch noch die Psyche hinzu. Ich meine, die Pferde wussten, mit meinem Zustand umzugehen. Ich meine, wenn sie einen anderen an der Wand gepresst haben, ja, okay, haben sie gemacht. Mit mir haben sie es nicht gemacht. Die sind mit mir unheimlich vorsichtig umgegangen, auch die Hunde, die ich hatte. Die haben nicht gespürt, dass ich anders bin als andere Menschen und man bei mir sehr, sehr vorsichtig sein muss. Die Tiere haben es begriffen, nur die Menschen nicht. Die Menschen kommen dann an, ja, ich weiß nicht, was du da hast, was das für eine Krankheit ist, also mach mal. Ja, es geht aber nicht. Ich muss vieles anders machen, als man das so gewöhnlich kennt. Ich muss andere Wege gehen, ich muss andere Handgriffe machen, aber ich mache es. Ich lasse mich von der Krankheit nicht beherrschen, aber ich versuche aus dem, was möglich ist, was zu machen. Und wenn das eben auf die eine Weise nicht geht, dann mache ich es auf eine andere, die ich machen kann. Und das habe ich getan. Und das ist, was viele nicht begreifen. Und ich meine, das mit dem EDS und dem Herzinfarkt ist ja nicht das Einzige. Ich habe einen Kreuzbandriss in der Zwischenzeit im rechten Knie, der nicht operiert werden kann, aufgrund von EDS. Vor über 40 Jahren habe ich mir immer meinen Arm gebrochen, Radiusköpfchenfraktur. Und beim Zusammennageln oder was auch immer wurden Knochensplitter im Gelenk vergessen oder übersehen oder was auch immer, die sich im Laufe der Zeit verkapselt haben, mir den rechten Ellenbogen kaputt gemacht haben, sodass ich dadurch jetzt auch noch ein ulnares Kompressionssyndrom habe. Das heißt, wenn ich den Arm anwinke, wird es schmerzhaft. Es kann aber nicht mehr operiert werden. Zum einen, weil es schon zu alt ist, weil die Knochensplitter sich im Gelenk verkapselt haben. Aber auch wegen dem EDS. Man kann mich nicht einfach aufschneiden, basteln und wieder zusammensetzen. Geht bei EDS nicht. Es kann passieren, dass die Narbe nie wieder zuwächst. Also versuche ich damit irgendwie klarzukommen. Ja, wie gesagt, die Pferde, die waren meine Therapie. Dadurch habe ich mich auf die Beine gehalten. Tja. Und was auch noch lustig ist, wir EDSler müssen häufig unsere Ärzte beraten, weil viele Ärzte gar nicht wissen, dass es ein EDS überhaupt gibt und was es überhaupt ist. Ich bin schon mal froh, dass mein Arzt schon mal von EDS gehört hat. Ja, und warum ich keine Rente bekomme, ich habe es versucht, es ging vor das Sozialgericht und der Richter hat mir gesagt, ja, hätte ich was psychisches, würde ich sofort meine Rente bekommen. Aber mit EDS, das kennt er ja nicht, hat er noch nie was von gehört. Das könnte ja eventuell wieder heilen. EDS heilt nicht, ist eine Erbkrankheit. Das ist ein Gendefekt. Aber EDS könnte ja eventuell wieder heilen und dann könnte ich ja wieder arbeiten gehen. Aber Ticketabreißer im Kino kann ich nicht machen, ist zu anstrengend für mich, aber ich kann zum Wachschutz. Ja, und wie gesagt, wenn ihr noch mehr über EDS wissen wollt und über meine Gesundheit, stehe ich gerne Rede und Antwort. Ja, und jetzt wisst ihr, warum die Pferde mir so wichtig waren. Die haben mich eigentlich am Leben gehalten. Und die haben mir auch schon mein Leben gerettet. Dank der Pferde habe ich den Herzinfarkt überstanden. Oder sogar überlebt. So haben sie es mir im Krankenhaus auch gesagt. Ohne die Stahlarbeit hätte ich den Herzinfarkt nicht überlebt. Ja. Und das Veterinäramt hat mir mein Therapieprogramm weggenommen, weil sie keine Ahnung haben. Tja, und die waren versorgt. Die waren sogar gut versorgt. Tja. Ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und dann schauen wir mal weiter. Aber das EDS wird nicht heilen. Man kann nur damit versuchen zu leben. Gut, jetzt wisst ihr erstmal soweit Bescheid, was bei mir alle so im Hintergrund ist. Wie gesagt, die Sache mit dem Veterinäramt ist noch nicht durch. Die läuft noch. Aber jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, ne? Gut. Dann war es das erstmal. Bis demnächst.